Ich wünsche den Erdmännchen einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag, der 22. Mai 2020 im Frühling. Und auf unserem heutigen Tagesrätsel siehst du den Geparden. Der hat ganz viele schwarze Punkte, nicht zu verwechseln mit dem Leopard. Es geht um den Gepard. Wofür ist denn dieses Tier so bekannt?